hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin heute auf die jagen nach dem ticket und heute habe ich verspelt harry potter hogwarts mystery ich werde das spiel starten und voll machen und let's go gut auch ganz schön warm heute 27 grad in meiner wohnung so da sind wir und was machen wir jetzt keine ahnung erstmal ist hier ein ausrufszeichen das werde ich jetzt mal benutzen im dual verwenden gut haben wir schon mal eins fertig was ist das sonderangebot einsammeln ich bin hier also muss doch hier irgendwas sein oder auch nicht gut danke ich hier wieder raus ich bin auf nummer 2 52 gold diesen anzug das wird leicht matrosen und wo geht es hier lang hallo katze Später. In der Treppe gehen. Ah, hier. Da ist so etwas. Ach, das ist ein Tier. Die drei Tiere, die drei Sachen suche ich. Das ist eigentlich nur den und den. Das ist ja hier unten. Wenn die das meinen. Da ist das Tier. Aber ich wollte doch in den Garten rein. Wann bin ich jetzt hier gelandet? Da rein. Genau. In Grasland. Geschöpfe pflegen. Und hier haben wir... Füttern. Ich habe nur zwei Säcke. Ich möchte über drei. Dann gehen wir nochmal schnell zurück. Und wir gehen... ...zu den Duellen im Keller. Auch noch hier. Ich habe auch noch gesucht. Hier geht es weiter. Aber erstmal möchte ich ein Duell machen. Ich hoffe, ich gewinne. Duell. Duell. Okay. Die meisten greifen immer damit an. Ha. Mit was greife ich an? Ich mache... Ich mache... Ich bin auch allgemein stärker. Ich habe mehr Schutzschild und mehr Leben. Und mehr Intelligenz. Er wird wahrscheinlich jetzt den nehmen. Oder er denkt, dass ich den nehme und nimmt den wieder. Ah, ich nehme mal den. Starke Halshauber. Nein, brauche er nicht. Jetzt... ...denkt er bestimmt, ich nehme den, weil er den genommen hat. Und er denkt... Bestimmt, ich nehme den. Dann nehme ich den. Aber er sagt, ne. Er nimmt bestimmt doch den. Vielleicht auch nicht. Ich nehme nochmal den. Boah. Drei Meter nah. Richtig... Harte, was er macht. Loll. Tau. So, Junge. Werd du mal erwachsen. Und lernen das Denken der anderen Leute. Okay. Jetzt geh mal hier rein. Jetzt habe ich ja eine Nahrung dazu gekriegt. So. Hier ist er. Futter. Kann man noch zwei. Da habe ich nicht gerade eins dazu gekriegt. Ach, egal. Kriege ich da nur zwei. Einen guten Appetit. Gefüttert. Und das machen wir auch gleich mal. Hm. Vielleicht kriegst du beim nächsten Mal mehr. Zwei Bücher habe ich nicht. 40 Bücher habe ich erst recht nicht. Mensch, sind die teuer die Tiere. Na Hundi, Dankeschön. Na gut, sind wir hiermit fertig. Und, da hätte ich noch reingemusst. Wald und, warte mal, nochmal reingehen. Das und Wald. Okay. Hier ist eine Fee, soweit ich weiß. 30, habe ich nicht. Du bist mir zu teuer. Das war's. Okay. 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 Und jetzt gehen wir hier rein. Wir sind bereit. Erstmal mit den ganzen Schülerreden. Und jetzt zum Lehrer gehen. Was lerne ich denn heute? Ja, drei Stunden. Ich habe hier auch 100, noch was. Und da klappt das. Und da, 1, 2, nur der eine. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt haben wir den auch nur alleine. 1, 2. Jetzt haben wir hier einmal. 1, 2, 3, 4, 5. Dann nehmen wir den hier. Konzentration. Okay. 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 Perfekt. Okay. Okay. Perfekt. Machen wir mal den hier. Gibt es auch gleich Punkte für den Hibogreif. Ne, für den Drachen war das. Das ist die Shings. Das ist der Hibogreif. 10 gibt mir am meisten Punkte. Also, Nummer 10. Okay. Was muss ich machen? Hervorragend. Ich weiß. Ich bin ein Multitalent. Ah, hier ist Lila. Ich muss ja jetzt nicht auf die Zeit achten. Deswegen. So ich da, wo. Diese Farbe mal ist. Grün, Gelb oder Pink. Oh, 40. Konzentrieren. Ah, perfekt. Hm. Hm. 4. 5. 5. 15. Hallo, Humora. Hallo, Humora. Perfekt. Herzen wieder. Fertisch. Fertisch. Oh, oh. So bad. Wow. Wah. Das ist alles für heute. Missed. Ja, ich bin auch traurig. Hat das nicht geklappt? Mensch. Was sollen die Kacke? Penny, hi, wie geht's? Alles fit in Schritt? Oh, warum brauchst du meine Hilfe, um ein Schlafmittel zu brauchen? Es ist für Mr. Norris. Ich liebe Zaubertränke. Ich kann es dir nicht sagen. Ich liebe Zaubertränke, hört sich am besten an. Komm, es nehme ich hier. Zaubertränke. Gut, start mir. Grün, Gelb. Drache, Hippogreif. Sie ist ein Club der Hippogreifs. Das weiß ich noch, weil... Da hat sie sich für beworben. Ja. Komm, wir machen die Helle. Komm, wir haben hier. Ja. Ja. Komm schon mal hier, eh, so. Komm schon mal hier, so. Ok, dann nehmen wir den. Ok, jetzt sind alle blau. Fertig. Zwei Sterne. Ah, hier wieder. Oh, hier der Goldene wieder. Und der letzte. Nee, noch nicht. Immer noch nicht der letzte. Leider hab ich den Einzauber nicht gemeistert. Wie krieg ich jetzt den Einzauber wieder? Unteres Stockwerk West, da geht's rein mit Penny Treffen. Es geht jetzt in drei Stunden. Dann treffen wir uns mit den Freunden. Da, ist es noch was? Ne. Ah, ich kann mir auch so mitwählen. Ich muss, glaube ich, hier was dran machen. Starten. Hi. Das sind die Antworten. Woraus besteht ein Schwellenlösung? Kugelfisch. Hochdummsaft. Getrocknete Neste. Ich weiß es nicht. Ich nehm mal das Herz. Oh. Scheiße. Woraus besteht ein Vielsafttrank? Mistelbären? Fluggras? Rüderich. Rüderich? Rüderich? Ah, ok. Woraus besteht ein Wachtrank? Bestimmt einer von den Beinen. Oh, ne. nicht einer, also einer schon von dem Bein auch also es gehen immer zwei Sachen woraus besteht ein Haltrang gegen Vorunkel also einer von dem Bein auf jeden Fall bestimmt bestimmt die Wellhornschnecken jawoll nein, das wäre auch richtig gewesen nur ein neben Quest da waren wir schon also ich kann nur noch hier muss ich drei Stunden warten drei Stunden warten und da sechs Stunden warten okay warte mal da war noch was gewesen der Innenhof genau ich kann auch einen ausprobieren mit dem ich spielen möchte komm Benni nochmal oh ist rot rot grün rot ha okay da ist das Akkurs Kobold Steinklub mitmachen Okay, nicht ganz schlecht. Super, 5 Punkte gekriegt, 4 abgezogen, Schweinerei. Wie findest du Koppelstein? Ne, hier, Zaubertränke. Sie liebt Zaubertränke über alles. Ich verliere so gut wie gut, als irgendwas mit Zaubertränke war. Du bist bestimmt verflucht. Wir können das Spiel wiederholen. Du bist bestimmt abgelenkt. Das kann doch nicht sein. Ich bin auch beliebter als du, ich bin auch besser ein Zaubertränker als du. Ei, ei, ei. Also das ist, glaube ich, am wenigsten richtig. Die sind beide gleich gut. Jawohl. Ein Stern. Und weg ist er. Nein. Und jetzt raus hier. Achja, achja, achja. Na, hier kann ich doch auch nach Tierfotter suchen. Such mal nach Essen. Schuss, 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 Schuss. Schuss, Schuss, Schuss. Na, ist noch der mit Farbe. Super. Habe ich da jetzt so viel Essen gekriegt? Ich hoffe, ich sauber trinke und schlafe mit dem Ärmer fertig. Kann ich den jetzt doch, den Zauber? Ah, ich kann damit verschlossene Tür öffnen. Ich habe nur den Zauber nicht gemeistert, aber vielleicht finde ich eine verschlossene Tür. Das ist besser, das ist besser. Hypo-Greif-Club. Da bin ich eingetreten mit Penney. Aber ich sehe hier nichts. Kein Hypo-Greif. Ich denke mal, es sind nun mal vier. Hier ist bestimmt einer. Hier ist einer auf dem Baum bestimmt. Hier ist einer. Bestimmt fliegt der dann hier so. So. Und hier ist dann nochmal einer. Denke ich. Mhm, mhm, mhm. Drache-Club, da bin ich eigentlich nicht eingetreten, aber ich kann trotzdem reingehen. Okay. Ja, kann dann ja gar nichts mehr machen hier. Der Drachen-Club. So, das bestimmt hier einer. Hier bestimmt einer. Hier bestimmt ein Feuertrache, so wie es aussieht. Und hier wahrscheinlich auch einer. Mal schauen, wenn es soweit ist. Was kann ich noch machen? Kann ich noch nicht einsammeln, da fehlen mir noch 51 Punkte. Guck mal, beim Drachen-Club bin ich am weitesten. Ja. Aber es ist noch kein Drache da. Und deswegen komme ich noch nicht rein, weil ich noch nicht den ersten Aufstieg habe. Boah, wie weit geht denn das hier? Da sitzt man ja Jahre dran. Ah ja, okay. Boah, 95.817. Nicht schlecht, Herr Specht. Was haben wir hier? Auch ein Freund. Schön. Vier Freunde habe ich schon. Was ist jetzt meine Kleidung? Und da habe ich nicht viel. Ein Hemd, eine Hose und der Anzug. Mein Aussehen möchte ich nicht verändern. Finde ich irgendwie ein bisschen doof. Also ich meine solche Spiele finde ich doof, wo du am Anfang deinen Charakter erstellst und dann später nochmal deinen Aussehen ändern kannst. Sonst kann ich zum Beispiel auch hier ein ganz interesses Gesicht draus machen. Warum? Man hat doch am Anfang schon ausgesucht. Naja, egal. Die ganzen Videos. Jut, 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 Jut. Was mache ich jetzt? Duell kann ich machen. Da muss ich drei Stunden warten. Da muss ich auch warten. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Erstmal beenden das Spiel. Ich habe mal 36. Beim nächsten Mal. Also, Dankeschön beim Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.